Musik Am Freitag, am 1. Oktober, ist im Heimatmuseum Aesch die Vernissage der Sonderausstellung mit dem Exponat vom bekannten Heilmittelhersteller Alfred Vogel gefeiert worden. Alfred Vogel ist in Aesch geboren und aufgewachsen und hat der Gemeinde sein Geburtshaus vermacht. Das sogenannte Vogelhaus steht an der unteren Kirchgasse 2. 1902 ist er geboren in einem ganz kleinen Häuschen und bei einem ganz einfachen Elternhaus. Die ganze Familie hat damals schon sehr viele natürliche Sachen gesucht, ist sehr viel im Wald, gehen die Bliemchen anschauen, was es für Bliemchen hat und sie haben eigentlich den Alfred Vogel eigentlich draufgeklopft, dass er auch in diesen Stapfen treten soll. Zu Ehre des berühmten Naturheilpraktikers hat das Heimatmuseum die bereits bestehende Ausstellung ausgearbeitet und erweitert. Wir haben uns entschieden, die Ecke von Alfred Vogel, die schon früher im Museum war, dass wir ihn neu gestalten wollen, und zwar im Sinne von Alfred Vogel. Er hat dort ganz allein mit dem Vater zusammen und der Grossmutter zusammen ein kleines Labortchen gehabt, das hat er in Mestrich gehabt, hat Sachen dort und hat dann die untersucht, was er mit dem machen kann, wo hat er Erfolg. Vielmals hat er es an sich selber ausprobiert oder an den Eltern oder Grosseltern und hat immer wieder vertüftelt und ist dort in dem Labortisch, den wir jetzt nachgemacht haben. Das war ja eigentlich der Start von Alfred Vogel und das war wichtig, dass er dort eigentlich seine Jugendzeit verbringen konnte und sich entwickeln konnte. Nicht nur von seinen Forschungen zu Hause, sondern auch von seinen Reisen rund um die Welt hat sich Alfred Vogel inspirieren und hat verschiedenste Objekte und Materialien nachher gesprochen. Ich habe dann gewusst, dass wir im Mestrich oben noch viele Material haben, zehn Kisten voll und habe gedacht, wieso kann man die nicht auch ausstellen in einer Sonderausstellung und dann bin ich hergegangen und habe das alles untersucht, woher ist das, mich hat das wirklich interessiert, wo ist er denn überall gesehen und habe dann eine Landkarte, eine Weltkarte genommen und die Souvenire, die er bekommen hat oder gekauft hat oder die Geschenke, die er bekommen hat von diesen Leuten, die habe ich dann angeschrieben und überall dort einen Punkt gemacht, wo er die bekommen hat und so zeigt es mir, kann ich ein bisschen erzählen, wo sind seine Schwerpunkte und so weitergehen. Sein berühmtestes Heilmittel ist vom Korbblütler Echinacea und den Nutzen der Pflanzenforschung kann man an der Ausstellung selber ausprobieren. Echinacea, Burpurea, das ist der rote Sonnenhut. Der ist ja bei den Indianern eigentlich geholt, hat Kontakt gehabt mit den Siyux-Indianern, mit dem Häuptling und dort haben sie ihm diese Tricks gezeigt und von was diese Kräuter gut sind. Und ich habe gefunden, ich zeige das da innen, weil er hat ja da innen auch immer gesammelt, in Äsch und überall ist er herangegangen und hat Kräutchen gesammelt und hat es ausprobiert. Und ich habe es eigentlich immer nachgemacht und habe gesagt, ich suche jetzt auch da in der Umgebung, was sind für Kräutchen aktuell und habe diese aufgestellt und habe im Buch nachgelesen von Alfred Vogel. Er hat ja sehr, sehr viel festgehalten, in den Büchern und so weiter. Und ich habe das dann so gemacht, aufgestellt, dass man es probieren kann, dass man es verreiben kann, dass man es schmücken kann und dann feststellen, was könnte das sein. Und wenn man es meint, das ist es, dann kann man die Lösung anschauen, man kann die Sädenchen einfach drehen. Und ich finde, das ist sicher eine spannende Sache für die Leute, die das besuchen, die können mit etwas anfangen. Und hinterher steht dann, von was es ist. Und das ist unglaublich, wie die Kräutchen eine Wirkung haben, wenn man das sukzessiv anwendet. Ich bin gerade im Moment am Kippen von chemischen Sachen zu natürlichen Sachen.